ARD Text im Auftrag von Funk Oh, danke Cora, dass du hier bist. Es ist gut, dich zu sehen, Frau. Ich war so dankbar zu Skypunks für ihre Hilfe vorhin. Ich war, dass du mir wiederholst. Ich glaube nicht. Ich bin sorry, dass du hier befestigst. Natürlich bist du. Es muss sehr distraubt sein, dass du jemanden wie ich hier hier befestigst. Hier, mit dem anderen. Ich brauche, dass du ein Messag an Mr. Octavius Butler hast. Er wird wissen, was zu tun. Vielleicht kann ich dir helfen. Okay. Natürlich kann ich. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Du musst ihn an Mr. Octavius Butler holen. Du musst mich anmerken, ein Messag an. Kannst du das tun? Vielleicht. Hier ist die Messagin. Ich bin in Gallows Row. Also, komm und schau dir mich. Du musst das aufschreiben, Frau. Ich denke, ich kann es erinnern. Ich verstehe, dass es ein Wasser toxik ist. Ich bin nicht sicher, wie lange wir hier sein werden. Es gibt niemanden, um uns zu nehmen, um uns zur Sicherheit zu nehmen. Aber keine Angst, Mr. Octavius Butler wird wissen, was zu tun. Ich weiß, ich kann dich zu nehmen. Mr. Butler, Frau. Geh, schnell. Okay. Also. Hallo. Es ist Camus. Camus, der Hund. Ich schreibe Rania mit einem sehr wichtigen Messag. Was? Ja, Camus. Du musst nicht... Was ist das? Die Gäste sagen, die Garten wird bald abgehauen und niemand wird raus. Ja. Du musst zurückkommen. Ja, 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 ja. Ich kann nicht entscheiden, wer zu nehmen. Shit. Es gibt nur drei Raum. Ich weiß. Und wir brauchen die Passenger, die die Kosten für die Räste für Cloudpunkte können. Ich glaube, ich glaube, wir machen. Ich muss nur die Leute, die ich mag? Ich weiß nicht, aber du musst jetzt wählen. Du musst mit den Leuten, die du willst, zu retten. Dann, du bist da schnell weg. Okay, ich werde ihnen sagen. Ich weiß, wer ich wähle. Ich denke. Dr. Ochoa, ich habe ein Fahrzeug. Ich kann über die Sicherheitschaffung gehen. Ich kann dich aus hier raus. Really? Aber was für alle anderen? Ich habe nur ein paar Späte. Wir müssen jetzt gehen. Ich werde meine Sachen sammeln. Ich bin bei der Sicherheitschaffung in zwei Minuten. Okay. Also, ich weiß schon, wen ich eigentlich rausholen müsste. So, pass auf. Auf den Sargent, ne? Ich könnte jetzt die drei guten rausholen. Sargent, die Frau und den einen Androiden. Ähm. Fuck. So, ich hole die einfach raus. Ist ja egal. Ich nehme auch den Sargent, weil die anderen beiden nicht. Ich weiß nicht. Hier habe ich keinen Bock. Die Typen haben es nicht verdient. Just be ready to leave. I'll get you at the checkpoint in a minute, okay? Right. Yeah. Das gibt er. Also, die Olle da schon mal nicht. Der hier. Ich habe schon überlegt, ob ich den mitnehme. Äh. Den Professor, der das vermutlich verursacht hat. Ah, scheiße, was? Karma, Baby. Tu ein Gutes und ihr wird Gutes wieder fahren. Karma, also welche Folge denn, glaube ich? Äh, liefere zuerst seine Passagiere ab. Und damit meine ich nicht uns, sondern die, die wir aufgesammelt haben. Wir haben ja Gutes getan, also soll ich dann doch auch Gutes überfahren. Wir helfen dir jetzt. Oh, oh, that was more tense than the road walls of 08. Thanks for springing me, Mom. Euer wir. Ja, ich finde, wir haben schon wichtige Leute rausgeholt. Ich weiß gar nicht, also ich würde gleich ein tierisches kriegen, glaube ich. Aber die können es ja nochmal hinschicken, wenn es so wichtig ist. Ich bin jetzt echt gespannt. So, wie gesagt, das ist der letzte Auftrag. Der geht ja echt langer. Äh, wenn wir hier oben abgeben, am Wasserwerk. Was ist der Meiner von der Art? Ja. Job abgeschlossen. Aber sie ist alle ab hier. I hope she would get here soon. The situation was going south quicker than the Americans when the icecaps melted. F-f-f-f-wat? Ja gut, ähm, wie sieht's denn aus? Wir müssen wieder zurück in die Richtung. Ach Scheiße, ich wollte nur die eine Aufgabe machen. Naja! Warum ist dieses Spiel so gut? Okay. Tatsächlich, der hat die Pasch da dabei. Wie ist denn hier rausgekommen überhaupt? Wir mussten zu gehen. Die Mädchen war in Gefahr. Wir waren alle. Ich gab die Dame einen halben Punkt für eine Hustung, die wir nutzen können. Es könnte sogar sicher sein. Okay. Vielleicht? Okay. Wie ist das? Wie ist das? Ich bin Rania. Ich möchte nur helfen. Huxley ist ein Freund. Du kannst ihn vertrauen. Ich weiß das. Ich vertraue ihn. Er hat mich geschaut. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es ist Lade. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ups. So, your dad erased your memory implant? Ähm. He took me to a man to do it. It hurt. I don't think dad paid the man. That's why they were mad at him. That's why they took me away. And you don't want to go back to your father now? I won't go back to him. It made me forget too much. I can't even remember mom anymore. I just remember how much I hate him. How did you find her, Huxley? Busting the kid out hadn't been easy. I'm pretty sure I upset the wrong people. But everyone in Nivalis was the wrong people these days. I followed the leads I got from the two-bidden mobster who pretended to be her father, Peter. In the grand scheme of things, he was the least terrible of the punch. I can't believe you found her, Huxley. Oh, no. It is happening again. Someone else is on the comm. We're going to be fine. You warned Cloudpunk driver. Surrender now and hand over the Android Huxley. There was one more hand I could play. It was a desperate plan. But I was done for anyway. There was a number on my head now. And it was a big one. I should turn myself in and push the big red button. At least the girl might make it. What big red button? Okay. Was an old espionage bot. What? A bucket of bolts. But it did have one feature I was pretty sure would still work. Self-destruct. All I had to say was a specific combination of words. Okay. It would prime my fuse. Introduce a little spark into my house of dynamite. I could get rid of Rio for good. Oh, no. Do you have to do that? That would be bad. Is it really a button? I'd ask the dame and her dog for a lot of help. The least I could do for them was clear the way. Hey, I explained that it wasn't really a big red button. What do I have to say? Rather it was a phrase that if I said or heard would trigger the detonation sequence. The words were simple enough. I just had to say. No. Pasta, it might work. We could escape. Huxley saved me. And I hate Rio. But he is still my dad. Er is your father. Did everyone else know this? No. But it adds up, I guess. Yeah. Let me talk to him. I'm not sure. Trust me. Please. I can do this. Okay. The comma is open. Go ahead. Dad? It's me. Pasta? Pasta, honey. These aren't good people. Listen to me, Dad. Just listen. Remember when Mom got sick? Do you remember what present I brought to the hospital for Mom? Pasta. I... You don't remember. It was a little bird. I made it from folded paper. She said it would stay by her side forever. Oh, I remember, honey. Listen to me. I need you to... No. You listen. I didn't remember the bird because you stole my memories from me. But I wrote it down. Even my scribbles are better at remembering Mom than you are. I wrote down a lot. I wrote down everything you said at that meeting, too. The one that made you do this to me? Pasta. All I care about is your safety. It's clear. I had to erase the memories so that they wouldn't come for you. Yeah. You only cared about not being caught. If you cared about me, you would have turned yourself in instead of stealing my memories. Now you listen here. If you have told anyone else... I haven't. But I will. If you don't let me go. I wrote down all the words that you said at that meeting. And if you don't leave us alone right now and stay away forever, I will send them in a message to Corpsec. I can't just let you go. No, Dad. You actually can. You can let me go and your secrets are safe. Or you can tell me that you don't care about how much trouble you'll get in and turn yourself in. And I'll wait for you to get out of jail or whatever happens. I'll stay by your side forever if you give up. Dammit, just give yourself up, Rio. He... He's left the calm. Oh, no. What a kicker. Her pops had abandoned her. He was letting her go, poor kid. Pasta, I'm sorry. I... It's fine. I knew he would go and leave me behind. It's what he does. Let's keep going. I won't leave your side, kid. Yes, she will. Everyone does. Es ist ein bisschen mies. Lomo. Jawohl. You're still moving, Rania? Lomo? Um, yeah. Remember what I told you. The city moves real fast. And you've got to move with it. Okay. I'm trying my best. What do you want, Lomo? You made some tough choices, Rania. People got hurt. I don't blame you. Oh, God. I think you did the right thing. But some other folk. Their choices weren't so good. Nicht? What do you mean? What do you mean? I'm going to ask you for something that I know you won't give me. Still, I have to ask and you have to answer. Our choices have narrowed to a point, Rania. We've just got to play our parts from here. What are you talking about? I did what you asked. This isn't about you or even me. This is about what you have. You have to bring that girl back to me. She's the dead. What girl? Let's not do this. I'm asking, but I know your answer. Bring her to me. Last chance. No. All right, then. No hard feelings, Rania. To be honest, I would have thought less of you if you said yes. But death is like a weight. And if you want someone to carry it, you've got to graft that weight to their bones. You understand? No. You will. Your hollow heart will crack like ice. Five minutes to self-distract. Oh, no. What the hell? Was? How could the scumbag know? Oh, my God. I don't keep the best hacker in the city around for his singing voice. Your numbers up, Huxley. Your deader than the dance hall. It was true. I was a goner. Four minutes, fifty seconds, to self-distract. Oh, my God. Your heart will crack like ice, or what? That's what are the code words? In fact, I highly recommend you do. Stop this. I'll find a way to... As your robot friend might say, you were never going to come out of this shit smelling like roses. Goodbye, Rania. He has disconnected. It's not fair. It's not fair. We have to help him. There was a way to get out of this. But here was a long shot. A damn long shot. What long shot? The vents. If we could get there in time, maybe I could find an old hackbot and disarm the self-destruct sequence. Oh, my God. Why aren't you driving faster? We have to save him. Shit. Okay, let's go. Alles klar. Ich mache jetzt an der Stelle einen Cut. Oh, my God. Äh. Und jetzt wird die Musik auch noch schnell, ne? Wir haben uns 236 Sekunden. Ja, super. Okay. Na, ich höre jetzt hier auf. Es, äh. Ja. Ich. Sekunde mal. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut und, äh, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann. Es ist ein mieser Cliffhanger, aber ich muss, ich muss Schluss machen und, äh, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bzw. nach dem Schnitt, vielleicht ist es gar kein Cliffhanger. Also, bis dahin. Danke fürs Zusehen. Gab dich wohl. Ja, und damit jetzt nochmal herzlich willkommen hier bei Cloudbank. Und, äh, da sind wir wieder. Jetzt komme ich wieder durch. Ach, guck mal. Sehr schön, ja. Äh, willkommen zurück hier auf Twitch und natürlich auch auf YouTube. Und, äh, die Sequenz muss man jetzt nochmal machen. Da haben wir es letztes Mal aufgehört. Äh, wir müssen jetzt gucken, dass wir es noch vor der Selbstzerstörung irgendwo hin schaffen. Ich weiß noch nicht, wohin. Und es bleibt aber auch Schitterung. Und auf die Zeit mit achten, du ahnst das ja nicht. Dann sollte ich ja wohl mal hier auf der Schnellstraße fahren. Fahren. Ich muss schnell gucken. Okay. Aber, ich bleib auf der Straße. Gebe, glaube ich, schneller. Äh, das, äh, werden wir wohl kaum, das werden wir wohl kaum schaffen. Wie, glaube ich, ist das, äh, werden wir wohl kaum machen. Man, ich weiß nicht, wenn der Timer runterläuft. Wohin denn? Knappe zwei Minuten noch. Come on! Ach was. Jetzt muss ich auch noch quer durch die Pampa. So eine Scheiße. Ich muss auf die Straße zurück. Da ist Straße. Was? Äh, okay. Scheiße. Was? Werkstatt haben wir repariert? Aber doch jetzt nicht. Wieso ist das denn jetzt? Das wird gleich wieder dampfen. Oh, die Musik dazu. Hör doch auf, mir Stress zu machen. Die Musik ist gerade gar nicht so entspannt, wie ich die sonst immer kenne. Was? 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 Da ist eine Werkstatt. Fuck, ich bin falsch. Jetzt muss ich auch noch zurück. Oh Mann, eine Minute noch. Oh Gott. Schau ich nicht. Wir werden gegrillt hier. Oh, die Musik. Scheiße. Ach komm, nein. Ich kann so etwas nicht. Äh, da muss ich hin. Oh fuck. Ja, ja, nee. Ist klar. In 30 Sekunden. Nein. Park doch das scheiß Fahrzeug, Mann. Nein. Ja, weil er explodieren will. Warum? Ja. 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 Ja, das Leben ist nicht fair. Das Leben ist, was wir machen. Oh, du verdienst besser als das. Ich habe gesagt, sie zurück in unser Auto und ihre Sicherheit. Ich konnte, die Linien von Kode in meinen Kohl-Loop, um den großen Moment zu verhindern, aber ich konnte es nicht zu verhindern. Goodbye, Renja. Die Zeit läuft. Warum hast du ihn nicht schaffst? Ja. Wir konnten ihn nicht schaffst. Du wusstest, wir alle wissen es. Sehe ich jetzt noch wieder. Ähm. Was? Was? Oh. Schon explodiert. Es ging mal schnell. Das war Hatschli. Boah, dieser Drecksack von Lomo, ey. Den müssen wir uns kaschen. Der Pisser. Guck ich wieder raus. Ja, ich glaube, wir sind hier richtig. Na gut. Bring ein paar Städte zu deiner Wohnung. Finde noch mehr Lochgarten. Finde eine... Ja, Werkstatt. Ja, Werkstatt. Ich fahre hin zur Werkstatt. Södele. Hava reparieren. Smooth Booster. Könnten wir uns mittlerweile erlauben, aber ich möchte das Geld lieber sparen. Wir haben jetzt die rote Spur, ne? Die gelbe hatte ich schon. Neon Spur. Rosa. Na. Na. Okay. Jetzt habe ich hier wieder weggedrückt. Äh. Also. Wir müssen nach... Okay. Der Kessel, da war ja noch nicht... Wir waren noch an ziemlich vielen Orten nicht. Meadowmarkt. Oder... Widowmarkt. Und ich hätte gerne eine neue Karre. Ich habe gelesen, dass man sich die mehrmals... Dass man sich da schon ein paar Mal ein neues Auto kriegt, ne? Und sich die umgetauschen kann. Also. Ich ärgere mich immer noch, dass ich das hier genommen habe. Ein bisschen. Es ist sehr schnittig. Die Form gefällt mir sehr gut, aber es ist leider zu eintönig. Keine Neonfarbe. Ich möchte Neonfarbe. Ich mag Leuchtendes. Ich hätte gerne auch so eine Neon-Cyberpunk-Jacke jetzt hier. Ich hoffe, ich finde noch einen Händler, der die wieder verkauft. Also ich meine, wir haben sie ja schon gesehen. Da hat man noch keine Kohle dafür. Aber jetzt... Würde ich das tun? Ich würde mir auch einen nicen Cyberarm besorgen. Jetzt. Wir müssen nach runter. Little China. Ich gucke gerade mal. Händler haben wir hier. Zwei sogar im Handelsbezirk. Eigentlich müsste ich in den Handelsbezirk. Da kann es gut sein, dass ich entsprechende Sachen bekomme. Machen wir gleich. Wir bringen erst mal die Pashta zurück. Den Booster hätte ich mich mal holen können, vielleicht. Wie sieht es denn mit Sprit aus? Ne, Sprit haben wir noch. Tanken geht, geht noch. Geht später. So. Die Ladebildschirme sind mir etwas zu lang. Aber das Spiel ist schon mega. Leider werden wir mir keine Steam-Errungenschaften angezeigt. Nicht, ja, angezeigt oder freigeschaltet. Nur Steam-Errungenschaften, obwohl ich schon zig Sachen haben müsste. Allein durch den Story-Fortschritt. Wenn ich mir da angucke, was es da für Steam-Errungenschaften gibt. Wir haben ja schon zig Leute getroffen, die es als Errungenschaften gibt. Und trotzdem bin ich freigeschaltet. Ich habe da auch schon den Support angeschrieben. Per Mail. Wirklich sehr nett. Muss ich sagen. Konnte mir leider aber nicht wirklich weiterhelfen. Weil, wir haben sich meine Log-Datei angeschaut und haben gesagt, alle Errungenschaften sind ordentlich gelockt. Die müssten eigentlich freigeschaltet sein. Aber eigentlich ist leider doof. Denn sie sind es nicht. Und man kann sich das wohl nur erklären, dass es ein Anzeigefehler ist bei Steam. Und was ich wiederum ein bisschen merke, ich finde, was dazu, was soll denn eine Anzeige ist bei Steam sein? Da müsste es ja an mehreren Stellen nicht angezeigt werden. Also, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich sie jetzt immer noch nicht freigeschaltet. Aber vielleicht ist das auch noch irgendein Bug, den man nicht gefunden hat. Und es erledigt sich mit der Zeit. Ich hatte das auch schon mal bei anderen Spielen. Da wurden die Steam Errungenschaften nicht angezeigt. Und dann irgendwann, zack, waren sie alle mit einmal da. Tut im Spiel jetzt keinen Abbruch. Ist es auch nicht wirklich eine Kritik. Wie gesagt, der Supportor, die sehr nett, hat sich sofort gemeldet. Also innerhalb von 24 Stunden. Und das Spiel ist einfach geil. Bis auf die Kamerasteuerung. Die ist scheiße. So, wie gehen wir jetzt in die Wohnung?